Heiler Ebenen wieder Schleber und willkommen zu einer Folge eins gegen eins weil ich Skywars keine Lust habe aufzunehmen und ich muss mal was anreden und zwar aber da habe ich das eingestellt ähm mit dem Server manche wollen drauf gehen und ruf spielen bei uns aber manchmal können sie es einfach nicht und das liegt einfach daran weil wir machen ihn einfach an wann wir wollen der Typ hat auch an dann haben sie wieder mal an die Hattel er leckt aber dafür kann er nichts weil er bei der Tee willkommen eingekauft hat Eier hat kommen aber hier das leck ich ab Eure oh mein Gott oh ich leckere die es sind komp komp und das sechscher Päckdorf es hat auch mal ein kleiner allah, der hängt sich ganz gut ich treffe echt jeden Schuss sagt auch YOLO PS ne wir lecken jetzt, der Typ, ok jetzt komm, bitte das ergibt sehr viel Sinn was hier passiert ergibt sehr viel Sinn ja nix, aber denkt ihr, ich hab an? denkt ihr, Olaf Schlierbach der YouTuber hat an? oh kacke fuck ey komm jetzt, stirb doch endlich ey komm jetzt ich will das Video noch ansprechen ach gut ähm ich mach jetzt irgendwann wieder ein Chat an so ähm, was der? eine Ecke gehen so, ähm, manche können da eine Truff und ich muss das Video auch kurz halten weil ich gleich weg muss und ich brauch irgendwie das Video und es tut mir leid, dass ich so unaktiv bin es tut mir unendlich leid, aber die Schule ist dran schuldig nett ich die ist einfach dran schuld kann man nicht mal ey, jetzt kommt, bitte ich will nicht nochmal von neu anfangen zu zwingen bitte sei gnädig so dann kriegst du einen Rücken noch einen Rücken vielleicht noch einen Rücken ach immer so dreiharrer hier von mir aus können wir mal spielen los uh oh sieht's aus, als würde ich drei haben sieht's aus los hier nids am milk und nein, ich hacke nicht, zum 10. Mal die kriegt ein paar einen Rücken geschossen so da hin und wenn ihr denkt, ich hacke, dann dann denkt ihr einfach falsch dann habt ihr kein Gehirn dann wisst ihr nicht, ob ich hacke ne, ich kann wieder entschuldigen komm so ist gut, mach immer weiter bald wirst du es schaffen komm der muss doch down sein der macht mehr Schaden wie ich jetzt komm spiel vernünftig oh ich pack die Goldäpfel gleich weg ich sag's dir wenn nicht sofort stößt dann pack ich die Goldäpfel weg oh ey, ich würde das Video so gern schneiden ich spiele jetzt nur noch zwei Runden wenn es wieder so lang geht hier so, endlich meine Fresse so, wisst ihr was ich mach mal was schnell hier easy okay äh, meine meine, meine, meine Inaktivität tut mir leid aber die Schule ich sag's euch, die Schule sie nervt mich die Lehrer geben so viel auf ahhh oh juhu, meine Lieblingsmap ist er gut oder nub ich schätz mal, der ist nub der heißt schon Heinrich Graf das 7.000 naja ja oh, geht isuki kann man gelten lassen bei der Jury wird man sagen Baguette ist auch ein Brot ich komm von ihnen weg die Salatschüssel jetzt komm, bitte was, was, weißt du was ich bin vernünftig also ohne mit Angst what ja, der kann's noch eine Runde, Leute verabschiede ich mich euch, weil verabschiede ich mich und wisst was, wenn man mal ein zufälliges geht und es tut mir, ich sag immer, es tut mir leid, das ist äh warum zieht mich aus also mal, guckbar äh hm ich glaub der ist schon ein bisschen besser kann man meinen wie immer will ja, der muss nicht anhaben, ich will noch eine Runde gewinnen so das ist doch mal ein normales geht wenn es ein normales geht wäre hallo so ich hab den ersten hin gegeben darauf bin ich stolz so komm erstmal hier hin nö nö ich mach mal statt wie das Teil so jetzt komm Junge alter hast du verfehlt so zack zack what der Schneeball hat mich gerettet so noch eine Runde, dann verspreche ich mach ich äh aus und hat den Kacki hoch so äh wenn ihr äh mal auf dem Server joinen wollt dann wär es nicht morgen vielleicht morgen früh also der Server kann er die ganze Zeit online sein das ist physikalisch nicht möglich so viel Zeit kann ich nicht haben oh ich wollte schon sagen aller der Typ hat ein Art YouTuber Skin das sieht von hier so aus was ich will auch mal treffen geht doch alter uuh uuh enjoy my skills jetzt komm bitte oh Gott so dumm na geht doch ok Leute danke fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir doch bitte eine Bewertung da und seid nicht böse dass so unregelmäßig Videos kommen Clubzeit hatte ich heute keine Zeit für was ist wieder eigentlich ähm und ja tschüss